ja ich befinde mich jetzt in hellen ring ja und zwar in den tiefen von tiefwurz kam der großen fälle und ja werde mal gucken ob ich die anrufung eldensterne bekomme einmal habe ich es schon probiert da sind mir leider die ruden verloren gegangen so das müsste dann hier sollen da habe ich ein paar ameisen unterschätzt gott machen wir uns mal hier lang hier hoch und hier lang ok die sind erst mal weg naja ihr seht schon das ist nicht ganz ungefährlich hier die gegend wenn man erstmal noch mal einen nachschieben supi 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 hier ist alles voll hier hatte mal das machen wir gleich mal so ok ohne schlechte jungs hier oben noch welche nehmen wir mal irgendeine geht auch wer ist so lustig ok warte mal hat hier leider nichts gebracht doch kommender mehr runter wirst du wo sie gehen naja hier könnt ihr jede menge feide verschießen nicht die will nicht nicht die will nicht ok so wen haben wir denn da noch auch nicht schlecht nachricht lösen glaube nicht die ja ok ok dann den nächsten wollen wir noch welche und zack zack ok ist erst mal gut so dann runter hier ok ok super ach du noch ok augenblick bitte aha du lässt das mal schön sein so oben haben wir nicht mehr ich wollte mehr was ja jetzt sind tue so meine ruhe peinlich peinlich so ok wenn hätten wir dann da noch ach ja ja die pusten war auch weg wunderbar und siehe da wir haben es geschafft und das genau wollten wir jetzt haben was schreibt man so ellendring oh ellendring ja bitteschön klar ja eldensterne und darum ging es um diese anrufung und ich zeige jetzt mal in verkehrter reihenfolge als wie sonst was man damit machen kann ja eigentlich beginnt es mit herzlich willkommen zu ellendring eldensterne ja ich habe ja nun schon gezeigt wo man diese anrufung findet jetzt was kann die anrufung erzeugt ein schauer goldener stern schnuppen die das gesamte gebiet überziehen na dann wollen wir mal gucken so nochmal erstmal auf den hier auf geht's hat noch nicht so die wirkung ach ja gut ok den scarabillos hier den habe ich auf weil er den manner verbrauch verringert ok so jetzt wollen wir mal gucken was der trompeta dazu zu sagen hat der wird natürlich jetzt alle möglichen leute zusammen rufen den hat es aber trotzdem erwischt ja jungs ja man ist ordentlich am weg werden gut erstmal wieder alles hier einsammeln den erwischt es auch ganz gut und da ist er auch hin so mal gucken wer liebten hier noch da ist niemand mehr die stehen da dumm rum es ist recht langwierig aber interessant dann immer noch die auch der ist hin macht spaß zuzugucken navaldi lass das mal ne 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 mein freund so einfach funktioniert das nicht aber der braucht eine extra portion ja der ist gut geschützt und auch er ist weg sehr schön gut okay das sollte es sein herzlichen dank fürs zuschauen ja 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 Vielen Dank.